Jetzt bei Mad in Germany. Ernst Wolf und Dominik Kettner sprechen über das BRICS-Treffen. Also zum Beispiel zum Kampf gegen die Pandemien, gegen Desinformation und zur CO2-Reduktion. Genau. Okay, krass, das wusste ich jetzt nicht. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Außerdem wird auch über den Einsatz von KI-Systemen gesprochen, die dem Menschen künftig helfen soll. Hahaha, sorry. Und dann gehst du hin, ja, wo haben wir denn hier das Klopapier als Beispiel? Ja, und dann, ja, kommen Sie mit, folgen Sie mir. Und dann fährt der Roboter dich zum Klopapier. Gibt es mittlerweile? Ist kein Scherz. Habt ihr vielleicht noch nicht gesehen? Gibt es? Hab ich selber schon gesehen. Und hier ist der Mensch, der jeden Roboter in die Schranken weist. Dominik Königs. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema und zwar werden wir uns jetzt über den BRICS-Gipfel unterhalten. Ja, für viele Leute ist das gar kein Begriff. Was genau sind denn die BRICS-Staaten? Was genau ist denn der BRICS-Gipfel? Und was wurde denn dort alles auf diesem BRICS-Gipfel besprochen? Das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Da gibt es nämlich einige Sachen, die dort besprochen werden, die zukünftig auf uns zukommen, die nicht so schön für unser Zusammenleben wäre. Deswegen wird sich jetzt Dominik Kettner und Ernst Wolf der ganzen Sache annehmen und wir schauen, was zukünftig auf uns zukommt und vor allen Dingen, was der BRICS-Gipfel überhaupt ist. Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Wolf und Kettner, dem Podcast, wo wir hinter die Kulissen schauen und die Finanzkrimis dieser Welt aufdecken. Heute geht es um das BRICS-Gipfeltreffen in Kazan. Die BRICS-Staaten als Staatenbündnis werden immer mächtiger und Ernst hat sich angeschaut, was hier los ist. Denn vom 22. bis zum 24. Oktober hat in der russischen Stadt Kazan unter der Schirmherrschaft von Präsident Wladimir Putin der diesjährige Gipfel der BRICS-Staaten stattgefunden. Wir haben ja bereits vor dem Treffen einen Videopodcast gemacht, bei dem du dich sehr skeptisch darüber geäußert hast, lieber Ernst, und bei dem wir vereinbart haben, im Anschluss an den Gipfeln noch einmal drüber zu sprechen. Wie sieht nun deine Bilanz in deinen Augen derzeit aus? Bist du inzwischen etwas weniger kritisch? Gib uns mal dein Feedback. Also ich würde es nochmal hier ganz klar sagen, ich finde, dass Ernst Wolf einer der wirklich ganz wenigen aus der Aufklärerbewegung ist, also der eine große Fachexpertise hat tatsächlich, also der die Dinge wirklich immer sehr gut einschätzt und bei dem ich wirklich sage, wenn wir jetzt mal wieder von diesem Gatekeeper-Thema reden würden, dass ich das bei dem am wenigsten sehe. Natürlich könnte er rein theoretisch einer sein, jeder könnte theoretisch einer sein, aber bei ihm ist es so, dem vertraue ich irgendwie, keine Ahnung warum, weil er doch schon viele Dinge so anspricht, die nur weniger ansprechen. Er ist ja auch unter anderem jemand, der das auch kritisch mit Donald Trump sieht, dass der da auch sagt, dass die Leute wieder denken, das ist jetzt der nächste Retter. Der sieht auch das mit der AfD kritisch, wo er dann auch sagt, dass die Leute sich wieder darauf verlassen, dass die AfD jetzt das nächste Wunder für Deutschland ist und die Leute sich da ziemlich viel drauf ausmalen und so weiter. Ja, das finde ich schon ganz gut, das machen ja nur die wenigsten. Ich meine, wo hört ihr das in der Alternativszene überhaupt? Außer jetzt bei, ich sage jetzt mal, Tillmann Knechtel oder auch bei mir jetzt. Ich bin ja auch derjenige, der immer alles anspricht und ja, ansonsten hörst du das ja so gut wie nie. Es ist ja leider so. Ich meine, die ganzen großen Koryphäen, die da um die 100.000 Follower und so weiter haben, die reden ja alle dasselbe. Das habe ich ja schon sehr oft hier mittlerweile erwähnt an der Stelle. Naja, ganz im Gegenteil. Also genau all das, was in Kazan passiert ist, hat mich also in meiner Ansicht bestärkt, dass es sich bei dem Event um ein weiteres gigantisches Täuschungsmanöver handelt. Aber findest du nicht, dass es zumindest einige positive Aspekte bei diesen Treffen gab, wenn man so die kritischen Blogger liest? Es ging den Teilnehmern ja den offiziellen Verlautbarungen zufolge vor allem darum, sich für eine Weltordnung ohne westliche Dominanz einzusetzen. Also im Grunde genommen darum, eine Welt zu schaffen, die nicht einseitig von den USA dominiert wird. Ja, also könnte man jetzt sagen, dass das positiv ist, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das einfach eine Verschiebung der Machtverhältnisse sein soll, wenn ihr mich fragt. Ich gehe stark davon aus, dass man jetzt einfach sagt, ja, die eine Macht da hat ausgedient und jetzt baut sich irgendwo eine andere Macht auf. Und das wäre dann eventuell Russland und China als Beispiel. Ja, dass die beiden so die Big Player werden und die sind diejenigen, die dann demnächst auf der Welt so diejenigen sind, die das Sagen haben. So nenne ich das jetzt einfach mal. Also ich bin ja dafür, kein Land dieser Erde hat das Sagen. Wir sollen alle in friedlicher Koexistenz leben. Meine Güte, so schwer kann das doch nicht sein. Das soll doch mal in diese Köpfe der Leute reingehen. Lass uns doch einfach alle mal in Frieden leben. Jeder kann sein Land haben, jeder kann seine Kultur haben. Schadet euch da nicht gegenseitig. Glaubt, was ihr wollt. Ja, wenn das wirklich keinem anderen Menschen schadet. Lass uns doch einfach koexistieren und sogar voneinander lernen. So wäre doch eine schöne Welt, oder nicht? Aber nein, es muss immer irgendwelche Auseinandersetzungen geben. Ist ja klar, die Eliten fördern das Ganze ja im Hintergrund. Statt wir einfach mal alle sagen, Weltfrieden auf der Welt. So lustig sich das jetzt anhört und so naiv vor allen Dingen auch. Jedes Land der Erde hat genug zu essen, dass die Bevölkerung, egal welches Land ist, nirgendwo hungern muss. Alle haben die gleichen Chancen, an Nahrung zu kommen und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Warum wird das eigentlich nicht so gemacht? Warum muss es immer diese komischen Verhältnisse auf dieser Welt geben? Das ist echt krank, dass wir über so etwas überhaupt noch reden müssen. Also auf den ersten Blick klingt das ja tatsächlich wie ein Ruf nach mehr Demokratie. Aber ich frage dich, wie lässt sich das damit vereinbaren, dass die BRICS-Staaten UN-Generalsekretär Guterres einladen und sich in seiner Anwesenheit dann auch noch ausdrücklich zu den Vereinten Nationen und darüber hinaus auch noch zu deren Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bekennen. Also zum Beispiel zum Kampf gegen die Pandemien, gegen Desinformation und zur CO2-Reduktion. Genau. Okay, krass, das wusste ich jetzt nicht. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Seht ihr, und das ist das, worum ich Ernst Wolf feiere. Weil der nämlich immer noch mal so ein bisschen hinter den Horizont blickt. Das finde ich gut, was er gerade gesagt hat. Ja, und das ist das nämlich. Auf der einen Seite versuchen die den Leuten so die Augen zu wischen. Wir werden jetzt was Neues hier aufbauen. Es ist Zeit, die alten Strukturen hinter sich zu lassen. Und dann auf der anderen Seite wollen die einen aber genau in dieser Agenda dann treiben. Das ist krass. Und dann weiter zur Weltgesundheitsorganisation, also zur WHO, haben sie Folgendes geschrieben. Wir bekräftigen unsere Unterstützung für die zentrale Koordinierungsrolle der WHO bei der Umsetzung multilateraler internationaler Bemühungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vor Infektionskrankheiten und Epidemien. Krass, also das hätte ich jetzt offengestanden nicht erwartet. Ja, und auch das Narrativ vom Klimawandel wird in der Kasan-Abschlusserklärung vollständig bedient. Also ich zitiere mal. Wir bekräftigen, dass die Ziele, Grundsätze und Bestimmungen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen des Kyoto-Protokolls und des Pariser Abkommens im Lichte der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten eingehalten werden müssen. Und dann, pass auf, dann kommt ein in meinen Augen ganz enthüllender Nachsatz. Wir verurteilen einseitige Maßnahmen, die unter dem Vorwand von Klima- und Umweltbedenken eingeführt werden und bekräftigen unser Engagement für eine bessere Koordinierung in diesen Fragen. Also was hat das deiner Meinung nach wohl zu bedeuten? Ja, absolut. Naja, sie wollen den Vereinten Nationen im Grunde mehr Macht in Sachen Klimafragen zugestehen, wenn du mich so fragst. Ja, ganz genau. Und die gehen auch noch weiter. Und das ist ja immer das Witzige. Das ist ja auch wieder diese ganzen Leute da draußen, die immer so denken, so die Russen würden jetzt alle befreien. Das gibt es ja auch in der Telegram-Bubble so Leute, die immer denken, die Whiteheads, die regeln das alles schon da draußen. Ja, 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 die regeln das alles schon. Die regeln das auch wirklich, aber die regeln das für ihre eigenen Agenda oder Agendas, eher gesagt. Dafür regeln die das schon. Finde ich immer lustig, die Leute da, die da immer diese ganzen Märchen geglaubt haben, gerade die immer so aus diesem Q-Sektor da kamen. Also die bekennen sich in dem Papier auch noch zum Internationalen Währungsfonds. Also nur zur Erinnerung, der IWF ist genau die Organisation, die die Welt im vergangenen Dreivierteljahrhundert durch Kreditvergabe vom US-Dollar abhängig gemacht und global für das rasante Anwachsen der sozialen Ungleichheit gesorgt hat. Das sagen Sie so direkt? In der Erklärung, pass auf, in der Erklärung heißt es, ich lese vor. Wir bekräftigen unser Engagement für die Aufrechterhaltung eines starken und wirksamen globalen finanziellen Sicherheitsnetzes mit einem quotenbasierten und angemessen ausgestatteten IWF im Zentrum. Aber steht nicht auch drin, dass Sie den IWF reformieren wollen, wenn ich mich richtig entsinne? Ja, 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 aber hört ihr an, auf welche Art und Weise. Also ich zitiere jetzt noch ein weiteres Mal. Wir unterstützen ein leistungsorientiertes, integratives und faires Auswahlverfahren für die Spitzenpositionen, eine stärkere geografische Vertretung sowie die Rolle und den Anteil von Frauen. Also ganz ehrlich, für mich heißt das nichts anderes, als wir müssen ein bisschen gendern und dazu die Gewichtung ein bisschen verändern, aber sonst lassen wir alles beim Alten. Ja, absolut. Genauso sieht es auch aus. Besser hätte man das gar nicht sagen können. Genauso sieht es aus. Ja, gerechter verteilen heißt ja nichts anderes, als, ja, dass wir da eine Frauenquote einführen und so weiter. Das ein oder andere Fabelwesen darf da eventuell auch dabei sein. Ja, weil man denkt ja im ersten Moment, ah, die wollen das reformieren und so weiter. Vielleicht passen die noch einige andere Strukturen an. Nee, das ist alles, was die da machen. Ja, aber die Leute sind halt naiv, wenn sie immer glauben, dass die Leute im Hintergrund es schon regeln würden. Ja, die regeln das, aber die regeln das für sich, Freunde. Das ist das, was ihr nicht vergessen dürft. Die regeln das für sich. So sieht es dann am Ende des Tages aus. Ich sage es immer wieder, der Schlüssel zu allem liegt im Autarken. So gut es geht, dem System die Energie zu entziehen und dass man sich so autark wie möglich macht, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Da liegt der Schlüssel. Umso weniger kann man dich manipulieren. So, das ist das, wie du aus dem ganzen System rauskommst. Wir alle aus dem System rauskommen. Das ist das, um zu entkommen. Aber ja, was rede ich hier, macht ja eh keiner. Und das in Russland, das klingt tatsächlich nach einem Aufbruch in eine neue Welt, wie wir sie bisher nicht kannten, allerdings anders als wir es erwartet haben. Also ganz genau. Und besonders enthüllend finde ich übrigens noch die Passage zur Welthandelsorganisation. Also da heißt es, wir bekräftigen unsere Unterstützung für ein regelbasiertes, multilaterales Handelssystem mit der Welthandelsorganisation als Kernstück. Also weißt du, wer den Anstoß zur Gründung der WTO gegeben hat? Also wenn ich richtig informiert bin, war das Anfang der 90er, Klaus Schwab? Ganz genau. Und weißt du auch, was die Welthandelsorganisation von ihrer Vorgängerin, nämlich dem General Agreement on Trade and Tariffs, also der damaligen GATT-Vereinbarung, unterscheidet? Und jetzt möchte ich auf deine Frage zurückkommen. Soweit ich weiß, ging es nämlich bei deiner Frage hauptsächlich darum, den Handel mit Patenten und Lizenzen weltweit zu regeln. Ist das so? Ja klar. Und zwar mit dem Ziel, die Macht der Inhaber dieser Patente und Lizenzen zu stärken. Und wer sind die? Das sind die großen IT-Konzerne und ihre Investoren, also die großen Vermögensverwalter. Also im Übrigen ist das auch nicht die einzige von den BRICS unterstützte Organisation. Also das heißt in einfacher Sprache, dass diese ganzen gigantischen Firmen wie BlackRock und Co. wollen sich dann das System aufteilen, nennen wir es mal so. Man kann es vielleicht auch verschwörermäßig ausdrücken, Länder kaufen, dass dann hinter den einzelnen Ländern so Firmen wie BlackRock, Vanguard und so weiter stecken. So würde ich das jetzt ausdrücken, um es den Leuten vielleicht noch ein bisschen spannender zu erklären. Die auf Klaus Schwab und sein World Economic Forum zurückgeht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, pass auf. In der Erklärung heißt es weiter, wir betonen die Schlüsselrolle der, und jetzt kommt es, der G20 als wichtigstes globales Forum für multilaterale wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit. Also nur zur Erinnerung, die G20 sind genau wie die Welthandelsorganisation auf eine Initiative des World Economic Forum hin ins Leben gerufen worden. So und pass auf. Also zum Schluss setze ich jetzt noch einen drauf. Zur künstlichen Intelligenz schreiben die BRICS-Staaten, wir unterstützen die Vereinten Nationen dabei, eine wichtige Rolle bei der globalen KI-Steuerung zu spielen. So und jetzt kommst du. Ja, ich bin sprachlos. Aber das wundert mich nicht bei deinen Recherchen, jetzt mal abgesehen von allem, was du bis jetzt rausgehauen hast. Immerhin sind die BRICS-Staaten da dabei, an einem eigenen Zahlungssystem zu arbeiten. Ja, also nochmal, um kurz nochmal zur KI zu kommen, auch da warne ich ja auch schon die ganze Zeit vor. Die lassen uns jetzt schön mit KI hantieren. Die KI ist auch noch sehr zuvorkommend für uns. Das ist ja so der Game Changer, wie man es immer nennt. Und die KI, die kann uns ja in so vielen Sachen helfen und die werden uns das schmackhaft machen. Die werden dann überall installieren, die KI. Überall. Bis zu dem Punkt, bis die KI dann nicht mehr so frei ist und wir nach und nach langsam und schleichend immer weiter damit limitiert werden. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Dann darfst du gewisse Fragen nicht mehr fragen oder stellen. Ja, wenn du dann in eine gewisse Richtung vielleicht ein bisschen kritisch wirst, versuchst du mit der KI so ein bisschen da in die Richtung zu gehen, dann steht da, Entschuldigung, das verstößt gegen die AGBs, wenn wir in diese Richtung gehen. Da kann ich ihnen leider nicht helfen. Sie sollten aufhören, in diese Richtung zu gehen oder irgendwie sowas. Und dann wird sie überall installiert, die KI. Dann werden wir autonome Busse haben, autonome Straßenbahnen, autonome Bahnen. Ist ja keine Verschwörungstheorie mehr. Wird ja gerade alles getestet auf den Straßen. Ja, es wird alles getestet. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Es wird alles getestet. Ihr seht es, dass das alles getestet wird aktuell. Das ist ja das Krasse dabei. Jetzt ist das alles noch am Anfang. Jetzt steckt das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber wartet mal ab. Wenn die Menschen da wieder einfach so mitmachen, wie sie ja bei allem mitmachen, dann werden wir in 15 Jahren höchstwahrscheinlich schon einige autonome Busse fahren haben und so weiter. Dann ist das für uns vollkommen normal. Und sie machen es ja jetzt schon gerade langsam und schleichend. Es gibt mittlerweile schon Supermärkte, wo so ein Roboter rumfährt, was noch so ein kleines geiles Gimmick ist, wo die Leute dann noch so ein bisschen lachen können und sagen können, ach guck mal, da ist so ein kleiner Roboter. Ja, frag den doch mal was. Geh mal hin und frag den mal was. Und dann gehst du hin. Ja, wo haben wir denn hier das Klopapier als Beispiel? Ja, und dann, ja, kommen Sie mit, folgen Sie mir. Und dann fährt der Roboter dich zum Klopapier. Gibt es mittlerweile? Ist kein Scherz. Habt ihr vielleicht noch nicht gesehen? Gibt es, habe ich selber schon gesehen. Seit einer Woche gibt es in diesem Osnabrücker Supermarkt ein neues Teammitglied. Meddi. Folgen Sie mir bitte. Noch vermittelt der Chef oft zwischen Kunden und KI. Aber der Roboter wird immer besser angenommen. Der kann sogar Sachen ausweichen. Der weiß ganz genau, wo was ist. Und dann, zack, fährt er einen dahin. Und das perfide bei der ganzen Geschichte ist ja, das ist sowieso noch geil, der ist immer so lieb, der Roboter. Der hat dann auch so ein Tablett in der Hand. Und auf diesem Tablett sind dann so kleine Geschenke drauf. Zum Beispiel, wenn da so Kinder rumlaufen, da ist da so ein Lolli. Den können sich die Kinder nehmen und so weiter. Damit man so gerade auch die sehr jungen Generationen schon mit den Robotern anfreundet. Versteht ihr? Oder das, was Elon Musk vor kurzem noch, das ist glaube ich jetzt zwei Wochen her. Er hat seine Haushaltsroboter vorgestellt, Leute. Für viele ist das vielleicht jetzt ein Gag. Und die sagen, ach, das ist ja eine Spielerei. Nein, nein, Leute, das soll alles installiert werden. Menschen können sich demnächst einen Hausroboter nach Hause rufen. Ein Roboter, der den Haushalt macht. Ich meine, gut, ich bin ganz ehrlich, ein bisschen geil ist es ja schon, den Haushalt nicht mehr selber machen zu müssen. Es gibt nichts Geileres. Aber Leute, wer weiß, was dieser Roboter macht. Der hört dich den ganzen Tag lang höchstwahrscheinlich ab. Der schickt, der scannt dich von oben bis unten. Und wer weiß, vielleicht kann der Roboter auch irgendwann anfangen, sich gegen dich zu wenden. Sich als Geisel zu halten oder was weiß ich was. Das ist doch krass. Habt ihr das gesehen? Die Roboter von Elon Musk? Ich sag's euch so wie es ist. Das ist die Zukunft. Ich habe es vor über einem Jahr hier im Stream gespielt. Das war im Oktober. Das ist bald genau ein Jahr her. Das war letztes Jahr, Anfang November war es übrigens. Erinnert euch an das Spiel, was ich damals hier gespielt habe. Detroit Becomes Human. Ihr erinnert euch noch alle daran. Als die Roboter, als es viele Roboter gab und zusammen mit den Menschen koexistiert haben. Aber die Roboter eher so die Helfer für die Menschen waren. Was in diesem Spiel alles passiert ist. Detroit Become Human heißt das Spiel. Geiles Spiel übrigens. Empfehle ich jedem da draußen. Hammer geiles Spiel. Ich sag euch so wie es ist. Es ist richtig heftig. Ist das nicht zumindest ein kleiner positiver Ansatz, wenn das westliche Zwift-System Konkurrenz von den Brückstaaten bekommt? Also ich finde absolut nicht. Nein, nein. Im Grunde sind wir nämlich genau hier beim Kern des ganzen Betruges. Wir stehen nämlich weltweit vor der Einführung von digitalen Zentralbankwährungen, also CBDCs. Und wenn die einmal eingeführt sind, dann wird man das Zwift-System überhaupt nicht mehr brauchen. Dann wird man eine globale Plattform brauchen, auf der nationale CBDCs international gehandelt werden. Aber an der wird ja bereits gearbeitet und zwar hauptsächlich von der Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, der Zentralbank, der Zentralbank und der Augustin Carstens. Ja, du sagst es. Und zwar in der sind nämlich auch alle BRICS-Staaten vertreten. Und jetzt kommt es. Die Zentralbank-Chefs Brasiliens, Indiens und Chinas, die sitzen sogar im Vorstand. Und zwar zusammen mit Christine Lagarde von der EZB und Jerome Powell von der FED. Und die wollen ja, Christine Lagarde, das ist ja die von der Europäischen Zentralbank, die wollen ja den digitalen Euro den Leuten da draußen unbedingt aufschwatzen. Und so schließt sich der Kreis. Du sagst jetzt hier oder du denkst, das Ganze ist nur eine Inszenierung, aber was soll dann das Ziel dahinter sein? Na ja, ganz einfach, uns alle abzulenken. Also wir leben in einer Zeit, in der sich immer mehr Macht in immer weniger Händen konzentriert. Und da muss man natürlich gegensteuern. Und da kommt die Idee von der multipolaren Welt, die die BRICS angeblich... Geil, Alter, haben die hier voll verkackt. Was ist das denn hier? Ich kann sagen, was hier passiert ist. Ja, sehr interessant, Leute da draußen. Soll ich euch sagen, was hier passiert ist? Hier hat man, also ich erkläre es euch aus Katter-Sicht, weil ihr wisst nicht, was das ist. Hier ist die Grafik und die ist im grünen Hintergrund. Das heißt, man keyt den grünen Hintergrund weg und dann ist hier quasi die Grafik dann da drauf. Dann seht ihr nur hier unten die Grafik. Da hat der vergessen, das Grüne wegzukiehen. Einfach geil. Ja, weil jetzt müsstest du normalerweise noch hier rechts den Ernst Wolf und auf der linken Seite den Dominik Kettner sehen. Aber dadurch... Aber das ist hart. Das ist ein harter Fehler vom Katter, muss man wirklich sagen. Genial. Das ist ein geiler Fehler. Das wird jetzt so lange hier sein, der Greenscreen, bis das Ding hier unten weg ist. Pass auf, das sage ich euch jetzt voraus. Das Ding seht ihr jetzt da unten und sobald das Ding weg ist, ist das Grüne weg. Pass auf. ... sich ansteuern bei vielen, auch bei vielen Alternativen-Medien ziemlich gut an. So, habt ihr gesehen? Wie lange wird es dann deiner Meinung nach dauern, bis die CBDCs kommen? Also das lässt sich wirklich schwer schätzen. Aber angesichts der bisherigen Probleme, die Einführung ist ja auf den Bahamas, in Nigeria und auf Jamaika gescheitert. Und die Chinesen kommen auch so nicht so richtig damit voran. Sehr gut. Also angesichts dieser Probleme rechne ich eher damit, dass man irgendein Großereignis nutzen wird, um das neue Geld uns allen aufzuzwingen. Also möglich wäre in meinen Augen zum Beispiel ein weltweiter Börsencrash oder auch ein Cybercrash oder vielleicht sogar beides zusammen. Oder, nur so in meiner Theorie und in meinem grenzenlosen Geschwurbel, Krieg. Und wovon redet Onkel Domme die ganze Zeit? Von Krieg. Denkt mal darüber nach, was ich euch die ganze Zeit gesagt habe. Wie realistisch das eigentlich ist. Ich sag's euch. Ich hab's euch schon hier sehr oft im Stream gesagt. Ihr habt es hier sogar geklippt. Da kann nachher keiner mehr sagen, Onkel Domme hätte es nicht gesagt. Und ja, das sagt er ja jetzt, weil es einmal da ist. Nee, nee, nee. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einige aus der Aufklärerbewegung Bescheid wissen. Meine ich ernst. Ich will jetzt nicht zu weit gehen. Ich hab nichts gegen ihn oder so, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dass Philipp Hopf mehr weiß, als er sagt. Das kam mir nämlich alles sehr, sehr kurios vor mit Philipp Hopf. Warum ist er ausgerechnet jetzt in die Schweiz ausgewandert? Liebe Freunde da draußen, fragt euch doch die Sache mal. Warum ist der Philipp Hopf in die Schweiz ausgewandert? Laut eigener Aussage, weil er es in Deutschland nicht mehr aushält. Er hat's doch selber gesagt. Er hält es in Deutschland nicht mehr aus, weil so viel Migrantenkriminalität ist und so weiter. Und weil das ja auch wirtschaftlich wird Deutschland ja auch gegen die Wand gefahren. Lässt aber seine Firma immer noch in Deutschland. Warum macht er die denn nicht? Weil er arbeitet doch digital. Warum öffnet er denn nicht seine Firma in der Schweiz und lässt seine Firma hier in Deutschland gegen die Wand fahren? Aus steuerrechtlichen Gründen, versteht's nicht. Warum ist er in die Schweiz abgehauen? Weiß der möglicherweise, dass es da bald zu einem militärischen Konflikt kommen könnte? Und denkt dann, in der Schweiz ist er sicher. Was ja, glaube ich, so ist. Ich bin ja kein Experte. Da kenne ich mich nicht mit aus. Ich denke ja, ich glaube, die Schweiz, die ist ja nach wie vor neutral. Die Schweiz wird sich auch nirgendwo einmischen. In der Schweiz sind ja die ganzen Bankster. Die haben da ja ihre Konten. Die haben da ja ihre Domizile. Die haben da ja alles. Die werden ja blöd, sich da was kaputt machen zu lassen. Aber ich kann's nur so sagen. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich will euch hier keine Panik machen. Ich will nicht, dass es heißt, Onkel Domme hat die ganze Zeit was erzählt. Ich hab seitdem Depressionen, ich hab seitdem Angstzustände oder so. Das will ich nicht, damit ihr mich hier richtig versteht. Onkel Domme will euch nicht krank machen oder sowas. Das ist gar nicht mein Ziel. Aber ich will was aussprechen, was mir auf der Zunge liegt. Es ist nur meine Vermutung. Denkt mal darüber nach. Egal, kann geschwurbelt sein, aber eventuell. Gibt es deiner Meinung nach noch irgendeine Chance, die Entwicklung jetzt aufzuhalten und die CBDC-Einführung zu verhindern? Weil das ist ja das Entscheidende. Also ich hab das Gefühl, das wird sehr schwer werden. Aber es gibt immerhin am Ende dieses Podcasts auch noch eine gute Nachricht. Also das System wird nämlich mit absoluter Sicherheit keinen Bestand haben. Das System, das neue System basiert nämlich auf der sogenannten Modern Monetary Theory. Und die ist, klar ausgedrückt, wissenschaftlich verbrämter Unsinn. Aber die zu erklären würde jetzt ein bisschen weit führen. Also vielleicht können wir das ja in einem weiteren Podcast dann mal machen. Ach, Herr Wolf, dann erklären Sie das doch jetzt mal. Was soll denn das? Was ist das für Cliffhanger, Herr Wolf? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das hätten Sie jetzt noch sagen können. Jetzt sind die Leute alle angefixt und wollten jetzt wissen, was die moderne Theorie ist. Oder was er da gerade gesagt hat. Irgendwas mit moderner Theorie. Ja, super. Das hätte ich jetzt gerne auch gewusst, Herr Wolf. Das fand ich jetzt schade. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Ich nehme dich beim Wort. Das war der sechste Podcast von Wolf und Kettner. Für alle Zuhörer, die noch mehr hören möchten und den vorigen Podcast, der darauf nämlich jetzt hier als Basis sozusagen dient. Und so, das mal dazu. Ja, das war ein kleines, aber feines Informationsvideo mal für so nebenbei. Für die Leute, die immer mal gerne so ein bisschen kurz informiert werden wollen, ohne dass sie sich so lange Videos anschauen wollen. Weil das gibt es ja tatsächlich auch. Die Leute gucken sich das eher an, wenn es 50 Minuten lang geht, als 55 Minuten lang. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt auch eine relativ angenehme Zuschauzeit war. Ja, das war zu dem Thema. Ihr könnt jetzt eure eigenen Gedanken gerne wieder unten in die Kommentarfunktion posten. Ist es eigentlich wieder einmal zu viel da rein interpretiert? Oder sieht man die Dinge schon gut? Das könnt ihr mir ebenfalls unten in die Kommentarfunktion schreiben. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Geht doch auf das Originalvideo. Macht es gut und ciao. Geht doch auf das Original.